Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange von The Storm. Ja, warum ich das mache, ich hab keine Ahnung. Ich hab versucht, den Rhythmus der Musik ein bisschen anzumoderieren, aber ich kann das einfach nicht. Ja, gestern, beziehungsweise nicht gestern, eigentlich war es vor zwei Tagen bei der Aufnahme, aber für Chloe war es gestern, äh, hatten wir die geilste Party in unserem ganzen Leben bei der Band, dessen Namen ich vergessen habe. War auf jeden Fall eine richtig geile Heavy Metal Band. War geil und mir hat das auch recht gut gefallen. Und das Coole ist ja bei Life is Strange, diese ganzen Tracks stammen ja wirklich von irgendwelchen Bands oder Musikern, die da draußen irgendwas veranstalten, nur eben relativ unbekannt sind. Das ist auch zu dem Nachteil, wenn man jetzt Plays machen will, dass man damit Urreber rechts hinweisen oder für Rechtsverletzungen hart zu kämpfen hat. Aber naja, deshalb hab ich die Musik noch ein bisschen leiser gedreht, in der Hoffnung, dass es mir das nicht so, äh, naja, Probleme bereiten wird. Aber nun denn, jetzt geht's weiter und nochmal herzlich willkommen. So, gerade frisch aufgestanden und vielleicht habt ihr es in der letzten Folge schon gesehen, äh, Chloe hat schon ein leichtes Pfeilchen unter dem Auge bekommen, denn der eine Kerl hat uns ja dann doch ein bisschen erwischt. Aber naja, gucken wir mal in unser geheimes Tagebuch. Was schreibt Chloe denn so? Daily Rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Oh, die Max. Keine Sorge, sie hat dich, sie hat dich nicht wirklich vergessen. Vielleicht nur etwas aus dem Auge verloren. Die Max, die Verliererin. Ja genau, ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firewalk warst, so hieß die Band. Selbst Frank war da. Er ist mein Dealer oder... Mama, falls du das liest. Er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Okay, das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und habe dann den dummen Türsteher so lange blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firewalk war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Caf wie Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Ist echt so. Außerdem habe ich ein abgefahrenes blaues Auge als Andenken. Nichts Besonderes, aber da waren diese zwei widerwärtigen Arschlöcher, deren Eier ich zerquetscht habe. Ja gut, so will ich es jetzt nicht bezeichnen. Oh ja, und ich wurde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firewalk plus Chloe ist größer als Max. Ja gut, ob Max sich das jemals anschauen wird, weiß ich nicht. Ja, und diese, diese... Die Tagebuch-Einträge sind echt ganz lustig, genau wie Max' Fotoalbum. Das habe ich aber damals nie wirklich gelesen, weil es wiederum ja nur das widerspiegelt, was wir schon erfahren haben. Deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt in Zukunft das Tagebuch weiterlesen werde. Aber wir gucken uns mal das Foto an. Hey Max. Hey Dad. Hey Dad. Another day in Paradise. Right? Oh ja. Leider ist Dad nicht mehr da zu diesem Zeitpunkt. Habe ich jetzt schon wieder gespoilert? Ich meins ernst. Guckt euch Life is Strange vorher an. Weil, 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 das ist sonst hier irgendwie... Nee. Chloe! Wäki, wäki, ägzi, wäki! Der reinste Spoiler-Regen. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Eben. Oh man, gibt's dir ja so viel hinzu. Thank you. Der Wecker. Wenn ich den ausschalte. Kommt ein bisschen Musik. Schade nicht. Ich würde gerne denken, dass mein Humor mit der Zeit verbessert hat. Ich würde gerne sagen, dass mein Humor mit der Zeit ist. Ich würde gerne sagen, dass mein Humor mit der Zeit ist. Der ist jetzt Rachel. Wie vorne rechts neben... Naja, P. Das wird wahrscheinlich Nathan Sen. Das ist auf jeden Fall Warren. Äh, das wird Victoria sein. Das könnte eben... Das Arschloch Nathan Sen. Ja, hier sind mal die ganzen Namen Die ganzen altbekannten Namen Ne, sieht es sich nochmal vor Wie gesagt, guckt euch Life is Strange Den ersten Teil an Ich weiß, das ist die Vorgeschichte davon Aber dennoch Jawohl Guckt es euch vielleicht doch nicht an Ich werde einfach versuchen Meine Naja So wenig wie möglich Auf Life is Strange in den ersten Teilen zu gehen Weil vielleicht wird uns im Laufe dieses Spiel noch etwas Unfair gesehenes passieren Wenn man den ersten Teil noch nicht gespielt oder gesehen hat Man weiß Oh ja Das Tu das doch nicht Ask Miss Arcadia Du bist die einzige Sorge der Info, die ich in dieser Stadt truste Okay Oh Mann Hier ist Arcadia Für die Zukunft verantwortlich Beziehungsweise sie kann man immer fragen Habt ihr gehört, dass Firewalk in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was Das du natürlich will Anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten Deathfam Oh Scheiße, wenn du gehst, guck niemanden in die Augen Wenn du ihnen in die Augen guckst, guck nicht weg Wenn du weg guckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf meinen Rad hören Ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe Ich bin in der Nähe, ich bin in der Nähe Okay Nächster ist ein spezielles Präsent für alle Arcadia-Bayer Ja, das ist cool Verhege es dir mal die Präsentation, die Immunatio Die gehören erst noch mit dazu Wait, what? Who? What photo? Yes An Chloe Price betrefft Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link Okay Nein, ich will das Foto sehen Ich habe Gefühle über das Most of them are not good feelings Rachel Firewalk Trevor Knight Du siehst scharf aus, wer ist die Süße in deinen Armen? Ich habe Victoria Okay Deborah irgendwas Deborah Bogen, glaube ich Stimmt auch gar nicht So ein Spaß Küsschen Glamour, du hast es drauf Wer ist Deborah Bogen? Die im Foto mit Rachel Oh Gache, du bist umwerfend Ich hasse dich Und wer ist Armond? Alter, das ist Chloe Price Taylor, war Rachel nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich habe mich gewundert, wo sie ist Steph Burn Victoria Oh nein, das war nicht so gemeint Es hat so viel Spaß gemacht Ach, Victoria Die falsche Schlange Eine äußerst intelligente Unterhaltung Ja, finde ich auch Gut, weil wenigstens wusste einer Wer Chloe ist Und ein Foto Und ein Foto Ich war so stolz von mir, dass du diesen schlussischen Wissenschaftsfair gewinnen hast Hey, sowas ist immer cool Vor allem auch Erster Okay Der Bär mit Maske Und ich habe wirklich jetzt nochmal nachgeguckt Ist das wirklich eine andere Synchronsprecherin? Weil die originale Synchronsprecherin von Life is Strange Ja, bei diesem Diesem Streich Der Äh, nicht Streich Streich Der Synchronsprecher mitgemacht hat Deswegen kam sie anscheinend gar nicht dazu Äh Beziehungsweise war es auch Absicht Ähm Dass sie hier nicht mitwirken konnte Aber Ja, anscheinend Äh, unterstützte sie die neue Neue Synchronsprecherin Äh, ja Als Beraterin Damit sie sich Ein bisschen besser in die Rolle einfühlen kann Aber ich denke mal Werden uns an die neue Chloe Schon gewöhnen Oh ja So, wenn es wirklich abreißen Ich finde das Bild eigentlich ganz schön No more unicorns No more princesses And no more fucking rainbows Das ist so traurig Nothing like a fresh start Okay Words of wisdom Don't fail me now Genie ist? What? Just ask Steve Jobs Geniuses Ampotenzial Inspiration Okay Oh nein Spitzende Oh man Adapt or die Tür 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 Nein Wenn wir uns rumziehen Max Max Mir This mix CD Years ago And because it was Max Not a single song Was pirated Piraten Piraten Power Piraten Yeah Wie kannst du Übersetzen Ist doch richtig so Raubkopieren Nicht gut Ich habe dir alle gespeichert Du musst das foto löschen auf dem ich tanze nur mit dir lasse ich mich so gehen Frohes zwei monatiges jubiläum Elliot Ich frage mich auch ob dieses Firewalk band ob sie wirklich gibt Ob die anders heißen Man hat einfach nur ihre songs genommen Mom said I was too young to go She was wrong And it was awesome I used to love skateboarding It's the only mode of transportation That double as a middle finger to authority Das immer wahr Oh Ich habe ich habe jetzt statt dich anziehen Habe ich dick anziehen gelesen Aber naja How do I want to express my teenage angst today Na ich guck Oh na ich guck mir erst mit dem Piraten I bet long Max Silver traded her hat for beer and booze Ich habe dich lange vor Wahrscheinlich Wahrscheinlich Schön Chloe Mom will die neue Look lieb Auf jeden Fall Auf jeden Fall Habe ich jetzt noch eine andere Ware Oh Bonus Outfit Schmetterling Ich habe Bonus Outfit Firewalk Gut Für das mit Firewalks hat man vielleicht erstmal Verheimlichen Vielleicht nehmen wir mal ein Bonus Outfit für den Anfang Oh ne für den Anfang nehmen wir erstmal den Raben Ich glaube wir werden öfters im Spiel die Gegend haben unsere Outfit zu wechseln Hoffe ich einfach mal Das Bonus Outfit habe ich nur wegen der Deluxe Edition sag ich mal oder Deluxe Update was ich mir dazu gekauft habe Ja steht ihr Ja steht ihr Jetzt können wir los gehen Hast du es jetzt Achso Achso Ich sollte wirklich gehen Auch hier Ok aber so Am excellent So Mr. Hifi Den hab ich gar nicht gesehen Ich bin der Fun fact Barsch Schalkschwachen Machen Meinen Vielleicht ist das Warum ich nur ein Kind Ha ha Ok Ok Ähm... Wo sie gerade Shit und dann auf ihr Rosen gefasst hat Da habe ich erst gedacht, sie hat sich eingekackt Home sweet home Whoever said you can't go home again Was probably from Arcadia Bay And he could go home again He just didn't want to Das war ihr Zimmer, oder? Der Ring Ja, kann man nie genau wissen, ob es eine gute Idee ist Vor allem, wenn es nicht der oder die richtige ist Grade B? Fuck you, Arcadia Pond Wait, Mom selling her Engagement Ring? Oh nein Arcadia Pfandleiher Wertschätzung Bar ist sofort Diamantring fast farblos Grad B Versicherungswert 1200 Barwert 300 Kreditwert im Geschäft 500 Nur eine Schätzung Angebot nicht garantiert Okay Das ist etwas, was uns zu einem Gespräch helfen könnte I made this for Mom When I was like Ten years old If she wore it now I'm not sure Which of us Would be more embarrassed I hate that she hides All our old pictures of Dad Dad If you could see us now Ja Er würde sich schämen So wie du hier rumläufst Und was du nachts zu treibst Stell mal's wieder auf Du wirst nicht in einem Schraub So wie dieses Genau Wird immer ein Teil bleiben In unserem Herz Oh und das hat Konsequenzen Chloe Wie haben wir das Foto hier aufgestellt Ich habe mir das Ausbau gesagt Das muss ich machen Okay Ich kann mich nicht Ich habe mich da Für ihre Make-up Ja, schlimm genug. Kann ein gutes Zeichen sein, ja. Naja, vielleicht für gute Zeiten, keine Ahnung. Ich weiß noch, wo es ist, aber ich will mir erst alles andere angucken. Ich will Mama, glücklich sein, aber nicht so. Nicht so! Oh tja, ich gehe ja schon zum Foto. Ja, solltest du. Jetzt wird irgendwer herangehen. Ich weiß. Ja. Ja. Ach, auf Toilete vergessen. Ich trank viel zu viel, letzte Nacht. Oder war es nur genug? Ja. Da geht's. Ich wundere, wie viele Telefon habe ich vermisst. Jetzt rangehen. Hallo. Oh, achja. Mama, eine neue Nachricht. Kommst du irgendwann nach, äh, irgendwann heute nach Hause? Ich bin mir halt nicht sicher. Das ist am 06.05.10. Okay, wir sollten schon ganz oben anfangen. Bist du mit uns zu Abend? Bist du mit uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Ja. War sie leider nicht. Und Elliot. Oh Mann. Spanisch Test war scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Lo... L-... Lo... was... Lo... Lo siento. Keine Ahnung. Kann kein Spanisch. Nein, ich glaube das war ok. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, ok. Hast du Chemie erledigt? Ne. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiss eh schon alles. Auf jeden fall. der mist ist hier ja im pleite sorry dein verlust du kannst es in einem tag für mich aufbewahren kann ich das ich bin dein lieblingskunde bist du das frank hast du was du schuldest mir noch was verhaust du mich dafür super mach nur witze per sms darüber ähm du verdickst mit dem handy drogen egal komm schon es ist was es ist 24 sowas verstehe ich nicht ich dafür dich wenn du mein geld hast muss absagen und max komisch noch mit der frisur es tut mir so leid ich war nachlässig mit e mails sms funktioniert für mich besser hey es ist max wie geht's bist du da oh je tut mir leid wieder ich habe viel zu viel zu tun viel zu viel zettel würde dir gefallen mehr dazu später cool vielleicht fahr ich demnächst per anhalter hey hippie es tut mir so vielleicht sollten wir eine zeit festlegen um zu telefonieren ist wirklich so kein ding ich sehe ihn in meinem kalender nach es ist 19 Uhr in akedia bay was ist das in seattle 2019 ich weiß vielleicht dieses wochenende klar jederzeit es hat bescheid hey königin des grillen des kindes was gibt's neues max oh man die abstände da auch immer 14 12 9 dritte erste 10 die haben wir chloe gut das war es auch von denen die wir haben chloe breakfast bring my purse down with you please ja ja okay ja glaube ich auch haben wir noch irgendwas was wir mom's hiding her gray hair to impress her boy friend maybe gray hairs his kryptonite maybe i should die my hair gray ja kann man machen weiss nicht intensiv aber dezent hafer mittels sonnige mandeln decke deckt graue haare lang ab kein ammoniak das klingt ja gut the preferred towel of captain bluebeard scourge of arcadia bay so wie die allgemeinen türen die warum teil eins hatten die einfach nie aufgehen haben wir uns das bildschirm angeguckt weiß ich gar nicht haum sweet home whoever said you can't go home again was probably from arcadia bay und he could go home again he just didn't want to hm dann wollen wir unsere mutter direkt mal unterbrochen nehmen wir sie mal mit oh können wir meine cell phone zu no more dawdling i need to talk to you oh nein ja das macht mich wirklich zu hurry ja oh ja wir wollen halt nicht wirklich kommen mom finally you can put my purse on the dining table might still have time for breakfast if you hurry 員 ah Dankeschön wenn ich mir nicht in den immer okay nein ich bin voll müde wir haben es gerade 23 uhr Das ist schon wieder viel zu viel für mich. Dad hat diese Fotos genommen. Jetzt, dass David so lange übergelegt wird, ich frage mich, wie lange es mir die Mutter in einem Schraube dauert. Die Mutter ist ziemlich schwer. Ich fühle mich nicht wirklich, als ich hier zu essen sitze, seit David hier zu essen begonnen hat. Chloe, ich habe nicht jeden Tag. Ich sollte sehen, was die Mutter will, bevor sie rauskriegt. Wow! Sean Prescott's Sohn Nathan geht in meine Schule. Es klingt, dass die Apfel nicht weit von der Scheiße fallen. Obwohl Projektenentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, dass der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündete er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. In einem für Langzeit-Einwohner der Gegend weniger überraschenden Schritt liquidierte die Prescott-Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeitersverbandes. Michael Kinsey Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigt das Vorgehen, als unsere Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten wettzumachen. Sean Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen. Warum will ich plötzlich etwas Feuerwerks bekommen? Weiß ich nicht. Einer was Feuerwarnung wurde für alle Einwohner von Arcadia Bay herausgegeben. Strafgebühren für illegales Feuerwerk und Lagerfeuer in nicht autorisierten Gebieten werden verdoppelt. Das war aber schon ziemlich zensiert, oder? Weil ich habe es nicht richtig verstanden, hat sie dick gesagt, damit die Übersetzung richtig gewesen, oder hat sie dick gesagt? Ja, darauf gehe ich jetzt mal nicht näher ein. Okay, Arcadia Bay Anzeiger, Studiengebühren steigen. Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an finanziellen Sorgen liegt, sagt Direktor Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehener Akademien ähnlichen Kalibers sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Die Eltern von Blackwell-Schülern investieren in ihren Kindern nicht in Ferienhäuser. Dr. Wells betonte weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleiben. Das hört sich ja gut an. Aber wie Chloe ihn nachgemacht hat, einfach original Direktor Wayers. So, Leute, und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit unserer Mutter sprechen, machen wir leider noch eine Folgenpause. Denn halbe Stunde haben wir leider schon wieder erreicht und es gibt einfach immer viel zu viel zu entdecken. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat. Und ich hoffe, jetzt stimmt das so ein bisschen mit der Audio ein bisschen überein, weil in der letzten Folge war es von der Musik sehr laut im Gegensatz zu meiner Stimme. Ja. Bidi Masai. Bis dahin. Ciao.